Sicher war sich der Chat jetzt nicht, ob das richtige Liegestütze waren. Ich fand die Kommentare sehr lustig. Da sind wir auch schon wieder. Draußen das Ganze so durchzuziehen, hat uns schon von der Herausforderung gestellt. Aber jetzt so, hier in diesem Bereich, glaube ich, funktioniert das alles ganz sauber. Und ja, schauen wir jetzt mal, wen wir hier bekommen. An Gästen. Dann würde ich sagen, wir formieren uns noch einmal. Und gehen rüber in die Halle. In die Halle 10. Das ist so eine Breckheit, dass du nicht mal die Uhr gestellt hast. Wir gehen einmal jetzt rüber, dann in die Halle 10. Das wird nochmal alle dann zusammen. Wir gehen dann rüber. Ja. Wir gehen dann einmal in die Halle 10 jetzt. Und dann bleiben wir dann da. Okay. Wir holen nochmal alle Leute jetzt zusammen. Und dann geht's los. Und Vivi spielen Tischtennis. Ja. Wollen wir dann nochmal hingehen? Wir gehen nochmal hin, bis dann alle ready sind. Sagt mich noch Bescheid, wenn ihr ready seid, dann gehen wir an. Ach so, ihr seid ready. Okay.